Ey! Und was ist jetzt so unglaublich wichtig, dass es um die Zeit sein muss, ha? Wir müssen wohnen. Heute Nacht kommt jemand ins Parkhotel. Wir wissen, dass er was zu verkaufen hat. Wenn er aber rauskriegt, wer uns die Infos gebraht. Das kriegt aber keiner raus. Ich bin doch nicht dumm. Aber du bist ein Genie. Ein karriereloses Alloyazins-Ogfix-Genie. Die Nox-Liste. Die wahren Identitäten von mehreren Hundert Ermittlern, Frau-Männern, Informanten. Ihr wollt nie etwas anderes weiter als Polizisten. Keiner nimmt mir das weg. Was ich mir brauche, das ist schon Erfolg, sonst war's das. Super-Ratter ist die Wahrhafter. Und niemand dachte, ich wär untervögelt. Mein lieber Scholli. Vorfreuer. Ihr habt der Eindruck, dass Mati ziemlich überspringt. Naja, das war mir zu heiß. Und wenn's mir zu heiß wird, dann bin ich fort. Fuck! Ich hab noch nie jemandem so viel über mich erzählt. Ich hab aber immer gar nicht so viel geschwätzt. Da kommt er bis dahin, das gefährlich ist. Was geschieht denn jetzt da oben? Hier, bitte. Hey! Oh, der bläde Wichser, wenn der den fängt, den mache ich. Drei. Warum verführst du mich? Tue ich nicht. Zwei. Wie bist du reingekommen? Magie. Eins. Ich bin doch am Arsch und sagte, es ist ein Vorseitum! Und jetzt? Gehen wir alles nochmal durch. Ich bin doch am Arsch. Wie bist du reingekommen? Warum- Untertitelung des ZDF, 2020